Abends, als wir dann unser argentinisches Rumstee gegessen hatten, sind da lauter Frauen vorbeigegangen. Wir haben uns schon gewundert, das sind aber sehr männliche Frauen. Dann waren wir in einem Viertel, wo die ganzen männlich als Frauen verkleideten Prostituierten rumgelaufen sind. Das war schon eine verrückte Geschichte. Durch die CPL-Turniere Sieger haben wir uns für Dallas qualifiziert gehabt, hätten eigentlich damals nach Dallas fliegen sollen. Damals kam dann leider genau SK Sweden nach SK rein und hat unseren Platz quasi bekommen, in Dallas spielen zu dürfen. Das hat uns damals sehr, sehr geärgert. Aber in der Zeit habe ich dann ein bisschen mit Infernum gespielt, wo Gore, Pope, Ulti, Wise und so gespielt hatten. Da sollte ich der fünfte Mann werden. Bin dann aber doch bei SK geblieben. Später gab es auch mal ein Angebot, als SK dann zu Ende ging von Mouseboards, dass ich dort anfangen sollte bei ihnen. Hi und herzlich willkommen zum heutigen Counter-Strike-Legenden-Interview. Und bei mir zu Gast ist Robert Winkler, aka Robkill. Er hat früher vor allem für die Teams SK und Propane gespielt und er war auch Nationalspieler im Team Germany. Robert, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, über die alten Zeiten zu reden. Dann natürlich die legendäre erste Frage an dich. Was hat es mit deinem Nicknam auf sich? Tja, wenn ich das wüsste. Wahrscheinlich war ich einer der Einfallslosen, die einfach hinten an den Namen Kill dran kamen, wie das Puggy so schön sagte. Ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern. Wahrscheinlich war es so einfach. Was war deine erste Counter-Strike-Version damals? Beta 5.2. Also ich erinnere mich noch gut an Lahn. Früher haben wir Outlaws, Duke Nukem, Shadow Warrior gespielt. Also viele Shooter und irgendwann kam jemand mit Counter-Strike an. Ich glaube, das war Beta 5.2 und danach wusste ich, ich will nur noch dieses Spiel spielen. Du hast sehr, sehr lange für das Schröth-Kommando gespielt, heute SK Gaming, hast da auch deine großen Erfolge gefeiert. Wie bist du damals zu diesem Team gekommen? Ich habe früher viel auf dem Heinerfest-Public-Server gespielt. Ich hatte da auch schon Clan GD und irgendwann haben wir dann gegen Heinerfest in der Clanbase gespielt. Es lief ganz gut gegen Heinerfest und kurz nach dem Spiel haben sie mich tatsächlich gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, bei ihnen zu spielen. Also sehr glücklich. Ich bin dann mit ihnen gemeinsam dann auch auf eine Lahn gefahren, die wir gewinnen konnten und waren wohl zufrieden mit der Performance, sage ich mal, auf der Lahn. War, glaube ich, auch eine der ersten Lahn, auf denen ich dann tatsächlich war und Counter-Strike gespielt habe. Und ich glaube, kurz davor ist auch Heinerfest zu SK gekommen. Das heißt, ich bin direkt dann zu SK gewechselt. Das war genau in der Phase. Damals war ja alles noch eine Spur kleiner in Counter-Strike. Es gab weniger Spieler, weniger Clans, weniger Sponsoren auch. Trotzdem, um erfolgreich zu sein, musste man viel Zeit investieren. Wie ernst habt ihr damals schon, 1999, 2000, 2001, Counter-Strike genommen? Also wir haben, glaube ich, in so ziemlich jeder Online-Liga teilgenommen, die es damals gab. Clanbase war so die größte Liga, sowohl in Deutschland als auch international war Heinerfest damals eigentlich auf Platz 1. Es gab zusätzlich noch die Decke, also deutsche Counter-Strike-Liga und Öckel, da haben wir auch teilgenommen, österreichische Counter-Strike-Liga. Also wir haben schon an allen Ligen teilgenommen. Grundsätzlich haben wir aber nicht jeden Abend gespielt. Also ich hatte auch gar keine Zeit, weil ich persönlich viel andere Sachen noch gemacht habe, sportlich oder musikalisch oder Freundin. Aber wir hatten dann schon ein paar feste Trainingstage, an denen wir dann gegen andere Clans trainiert haben. Aber hauptsächlich haben wir einfach Ligen gespielt. Also Turniererfahrung war das Wichtigste. Wie wurdet ihr damals von eurem Clan, von SK, unterstützt? Also hauptsächlich haben wir irgendwann mal ein bisschen Hardware bekommen, aber die Unterstützung war eher, dass wir finanziell Unterstützung bekommen haben für die Reisen. Später reden wir vielleicht darüber, nach Brasilien wurden die Flüge bezahlt, aber es gab keine Verträge. Wir hatten kein monatliches Gehalt damals, wir durften die Preisgelder voll behalten, aber darüber hinaus war Counter-Strike auch noch sehr neu. Ja, ja, SK Gaming war ja hauptsächlich erstmal ein Quake-Clan und Counter-Strike war da, ja, gerade erst am Kommen. Wusstest du damals schon, dass es dann irgendwann so groß wird mit Counter-Strike? Nein, vermutet habe ich das nie. Also, wie gesagt, Counter-Strike war immer das kleine Kind bei den Turnieren. Anfangs noch hat sich alles um Quake 3 gedreht, aber da konnte man schon sehen, was aus so einem Spiel rauskommen konnte. Und Counter-Strike wurde einfach immer größer. Also, es war klar, dass es irgendwann dann Quake 3 überholen wird. Was hat für dich immer die Faszination Counter-Strike ausgemacht? Ich glaube, anfangs war es tatsächlich, dass es ein realistisches Spiel war. Anders als Quake 3, sehr futuristisch und schnell, hat mich schon dieser Faktor interessiert, dass es realistisch war. Ein bisschen langsamer, vielleicht auch taktischer. Und später war es natürlich einfach der Wettbewerbsgedanke. Es hat einfach Spaß gemacht, sich mit anderen Teams aus Deutschland oder aus ganz Europa zu messen und zu schauen, wer der Beste ist. Und ihr habt euch ja damals sehr schnell auch an die Spitze gespielt in Deutschland. Es gab drei Top-Teams, das war ihr, SK Gaming, das war eben Mortal Teamwork, MTV und das war TAM. Und natürlich gibt es auch heute noch Diskussionen darüber, wer war damals so das stärkste deutsche Team. Wer war es denn, deiner Ansicht nach, in den Jahren 2000, 2001? Kann man schwer sagen, also 2000, 2001 würde ich definitiv sagen, MTV mit Nike, noch Spikey, Kraken, Wirsing. Das war ein unheimlich, uns Korb natürlich war ein unheimlich starkes Team. Wir haben uns auch in der ersten deutschen Meisterschaft geschlagen, da sind wir nur Zweiter geworden. Seitdem waren die immer so unser Angstgegner bei allen großen Turnieren. Eigentlich haben wir meistens den Kürzeren gezogen gegen MTV. TAM, in der Clan Base wollten sie nie gegen uns spielen. Sie sagen immer, sie waren ungeschlagen in der Clan Base, sie haben unsere Forderung nie angenommen. Damals Heinerfest, SK. Gegen TAM haben wir das erste Mal dann, glaube ich, gespielt, bei der PC Action Masters. Später dann in der ersten ESL Premier League und dann auch auf der CPL Amsterdam. Das heißt, wir hatten drei Matches gegen sie, haben alle drei gewonnen. Ich würde sagen, wir waren ein Hauch stärker als TAM. MTV war einfach unser Angstgegner. Du hast die Matches gegen TAM angesprochen. Das waren ja schon auch immer so ein bisschen emotionale Duelle, muss man sagen. Viele Emotionen auch manchmal im Spiel. Wie waren die Matches für dich? Wie besonders waren sie? Die Matches gegen TAM und MTV waren immer sehr besonders. MTV haben wir auf sehr vielen Clans Turnieren gesehen. Da waren wir schon ein bisschen freundschaftlicher mit ihnen zusammen. Bei TAM war es andersrum. Wir haben ja sehr selten auf Flans getroffen. Wir wussten nicht, was uns erwartet, wenn wir gegen sie spielen. Aber es waren ganz tolle Spiele. Also ich habe sie noch in Erinnerung. Nie böses Blut gehabt. Wer war damals auch international ganz vorne mit dabei? Welche Teams, also natürlich die Deutschen, klar, SK, MTV, TAM. Aber welche internationalen Teams waren damals auch ganz groß? In erster Linie waren es die schwedischen Teams, aus denen später ja dann auch SK Sweden entstanden ist. Split of Amiga, Eyeballers. Wir waren schon damals mit Potti und Heaton noch in getrennten Teams mit den Stärksten. Das erste Turnier hat Clan Z aus Finnland gewonnen. Wir waren damals sehr, sehr stark auf der ZIPL Köln. Also die nordischen Clans waren schon damals am stärksten, würde ich sagen. Trotzdem waren wir auf all den ZIPLs immer unter den ersten vier bis sechs europäisch bei jedem Turnier dabei. Du hast die erste deutsche Counter-Strike-Meisterschaft angesprochen. Das war ein Offline-Turnier in Berlin damals. Vier gegen vier. Und es gibt da noch ein Video, da wurde euch Cheating vorgeworfen. Wie gesagt, es war ein Offline-Turnier. Was lief da damals genau ab? Ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern an all die Details. Ich weiß nur, dass ABBA gerne diese Comic-Models hatte. Ich glaube, das waren ja auch so Counter-Strike-Comics damals, die gezeichnet wurden. Damals war es ganz normal, mit anderen Models spielen zu dürfen. Ich glaube, es hat sich damals um diese Models gedreht. Dass ein anderes Team meinte, mit denen darf man nicht spielen. Es gab bei dieser Meisterschaft keine klare Regel. Deswegen durften wir dann auch weiterspielen. Wie gesagt, er war auch der Einzige mit diesen Models. Es ging dann weiter bis ins Finale und leider haben wir gegen MTW damals verloren. MTW dann der erste Platz, SK der zweite Platz und Spiky, MTW-Spiky, sagt ihr heute noch. Er ist ja der erste deutsche Counter-Strike-Meister. Wie ärgert es dich denn eigentlich jetzt im Nachhinein? Wäre doch auch schön gewesen, wenn du sagen könntest, wir hätten damals das Turnier gewonnen. Auch mich ärgert es nicht. Es gab so viele andere schöne Turniere, die wir noch gespielt haben. Von der LAN Arena 5 in Paris und LAN Arena 6 auch in Paris. PC Action Masters, VWCL, so viele andere große Turniere, die wir dann gewinnen konnten. Zweite deutsche Meisterschaft haben wir leider auch wieder gegen MTW dann verloren. Diesmal gegen Ash, Hess, Giant, Koi, Matt Ferrett, glaube ich, war es noch. Wie gesagt, MTW war einfach nicht unser Team. Du hast gerade schon ein bisschen deine Erfolge aufgezählt. Und ja, die Bilanz ist gigantisch. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen, die Erfolge. Aber die größten, die PC Action Masters 2001 in Nürnberg. Zwei CPL-Titel ja auch in Brasilien. WWCL-Finals gewonnen, viele andere Turniere und Events. Welches gewonnene Turnier hatte für dich damals immer so den höchsten Stellenwert? Also in Deutschland, glaube ich, war es die PC Action Masters und die WWCL. Ich glaube aber so im Nachhinein doch die WWCL, weil die Qualifikation sich über das ganze Jahr gestreckt hatte. Man musste sich dort, glaube ich, rein über LAN-Turniere qualifizieren. Das heißt, wir waren über das ganze Jahr verteilt auf unheimlich vielen LANs, die wir auch alle gewinnen konnten. Waren auch als Erster dann für die WWCL qualifiziert damals im Ranking. Und sind quasi als Favorit in dieses Turnier gegangen und konnten dann zum Glück auch gewinnen am Ende. Ich glaube ich, gegen N-Faculty war es und DKA wurde Dritter. International LAN Arena 5 in Paris war toll. Das war einfach unser erstes internationaler Event, wo wir in den Ausland fliegen durften. Damals waren schon Teams wie 4Kings aus England dabei, Good Games aus Frankreich, Okraana, MTV war auch dabei. Und das war einfach ein tolles Event, LAN Arena 5 für uns, das erste internationale Turnier zu gewinnen. Damals war ja auch zu Beginn von Counter-Strike das Thema Cheating ein großes Thema, weil du eben auch im Internet dann doch leichter cheaten konntest. Wie hast du auf diese Thematik damals immer auch geschaut? Schwer zu sagen, da wir auch online eigentlich sehr erfolgreich waren. Also es gab selten ein Spiel, wo wir komplett weggecheatet wurden. Auf den LANs fiel es uns einfacher. Klar war man immer skeptisch dann, vor allem wenn man das erste Mal gegen Tam dann im LAN gespielt hat. Im Internet waren sie ungeschlagen. Jetzt hat man in LAN das erste Spiel gegen sie gewonnen. Aber wir haben das nie auf Cheaten zurückgeführt. Es war klar, LAN ist eine andere Situation. Da hängt es auf, wie erfahren du bist, wie du mit deiner Nervosität umgehen kannst. Und ja, ich muss sagen, in der ganzen Zeit habe ich nicht viele Cheater gegen uns gesehen. Aber dir war es trotzdem lieber, die großen Events, die großen Turniere im LAN auszutragen, als im Internet? Auf jeden Fall. Also wir waren auf jedem großen Event dabei. Auf jeder CPL sind wir hingereist. Das hat für uns Counter-Strike ausgemacht, uns gegen die anderen großen europäischen Teams zu messen. Die deutschen Ligen, die waren schön. Waren wir mal dabei. Aber wir haben für die großen Events gespielt. Und ihr habt ja auch zwei CPLs in Brasilien gewonnen. In Sao Paulo und in Rio de Janeiro. Es gibt natürlich auch dann der eine oder andere, der damals dabei war und sagte, ja, aber das Teilnehmerfeld in Brasilien war ja nicht so stark wie zum Beispiel bei der CPL in Holland, bei der CPL in London. Wie stark waren die Teilnehmerfelder damals in Brasilien? Also in Brasilien, ja, das war vielleicht wie das Copa America. Also vergleichbar mit unseren CPLs in Europa, da waren halt Teams aus Brasilien, Argentinien, vielleicht auch Uruguay dabei. Also es waren auch dort viele, viele Teams. Als wir nach Brasilien gereist waren, wurden wir auch von Leuten abgeholt, denen dort Internetcafés gehörten. Haben dort schon vor dem Turnier ein paar Showmatches gegen Leute aus den anderen Internetcafés gemacht. Also dort war die Internetcafé-Szene sehr, sehr groß. Es waren schon viele Teams, die im Internetcafés gemeinsam gespielt haben, anders als es vielleicht in Deutschland war. Aber das Counter-Strike, was sie gespielt haben, war einfach anders. Ich glaube, das europäische Counter-Strike war noch damals deren Counter-Strike überlegen. Also sie sind halt mit MP5s rumgerannt, sag ich mal so. Und das war eher dann in der europäischen Szene schon unüblich. Wir haben uns da schon einfach getan, würde ich sagen. Aber es war trotzdem eine tolle Erfahrung. Also war einfach das europäische Counter-Strike schon ein bisschen weiter quasi als das südamerikanische? Ja, also auch wenn man sich heute noch mit Brasilianern tatsächlich unterhält, haben die diese beiden Events von uns positiv in Erinnerung. Weil wir, glaube ich, einen anderen Aspekt von Counter-Strike nach Brasilien gebracht haben. Kurz danach sind Clans wie Made in Brazil entstanden, die ja dann auch sehr erfolgreich waren. Und irgendwann, glaube ich, auch bei SK Gaming gespielt haben und sehr erfolgreich waren. Und tatsächlich, wenn man sich manchmal mit Brasilianern noch so, also was heißt unterhält über Twitter, was liest, erinnern sich noch viele daran, dass wir mit SK Gaming damals die ersten beiden großen Turniere dort gewinnen konnten. Wie besonders war es damals, diese Turniere für sich zu entscheiden? Und natürlich auch diese ganzen, diese Anreise der Trubel, Hotels dort vor Ort oder wo habt ihr übernachtet? Ja, da gibt es eine witzige Geschichte. Also das erste Turnier war in einem wirklich sehr, sehr schönen Fünf-Sterne-Hotel. Zwei von uns haben auch dort übernachtet. Dort wurde dann das Turnier auch auf den Fernsehern quasi des Hotels übertragen. Wir hatten, also Cheb, Volli und ich haben woanders übernachtet, uns war das zu teuer. Wir wurden mit einem Taxifahrer wohin gefahren, der hat nur gelächelt. Wir haben nicht verstanden, wieso. Wir hatten dann, naja, ein eher günstigeres Hotel gewählt. Und abends, als wir dann unser argentinisches Rumsteg gegessen hatten, sind da lauter Frauen vorbeigegangen. Wir haben uns schon gewundert, das sind aber sehr männliche Frauen. Und dann waren wir in einem Viertel, wo die ganzen männlich als Frauen verkleideten Prostituierten rumgelaufen sind. Also das war schon eine verrückte Geschichte. So mit 19 Jahren einfach nach Sao Paulo zu reisen, ohne dieses Land zu kennen, war, glaube ich, schon gefährlicher, als wir es dachten. Aber es ist alles gut geendet. Und ihr musstet damals noch das Hotel auch selber zahlen. Also da hat nicht der Clan dann die Krankenkasse auch gemacht? Ja, ja. Also den Flug haben wir nicht bezahlen müssen. Der wurde gesponsert. Hotel haben wir damals selber bezahlt. Und als wir dort dann gewonnen hatten, wurden wir von den Brasilianern mitgenommen und haben dann dort noch eine große Party gemacht. Wie man sich so in Brasilien vorstellt. Eigentlich wollte uns einer am nächsten Tag abholen und zum Flughafen fahren. Der ist dann nicht gekommen. War wohl noch zu besoffen. Musst wir mit den Taxis nach Hause fahren. Ich muss sagen, ich bringe deinen Nicknamen immer mit SK in Verbindung. Also immer SK Robkill. Gab es für dich nie die Möglichkeit, woanders zu spielen? Oder hast du dich vielleicht auch nie gereizt, bei einem anderen Clan, bei einem anderen Team zu spielen? Also es gab tatsächlich so eine Phase bei SK. Das war auch eigentlich in unserem erfolgreichsten Jahr 2001. Da war ich mitten im Abitur. Hatte auch, wie gesagt, viele andere Hobbys, wo ich vielleicht nicht mein stärkstes Counter-Strike gespielt habe. Obwohl wir eigentlich sehr erfolgreich waren. Und damals hatten die Chapel Red tatsächlich überlegt, mit Spiky und Skorp mich zu ersetzen. Was dann nie dazu gekommen ist. Ich war ja am Ende dann auch noch auf der zweiten CPL dabei. Aber in der Zeit habe ich dann ein bisschen mit Infernum gespielt. Wo Gorb, Pope, Ulti, Wise und so gespielt hatten. Da sollte ich der fünfte Mann werden. Bin dann aber doch bei SK geblieben. Später gab es auch mal ein Angebot, als SK dann zu Ende ging, von Mouseboards, dass ich dort anfangen sollte bei ihnen. War mir dann aber zu weit weg. Also sowohl in Fernum in Österreich als auch Berlin. Das wären für mich zu weite Reisen gewesen damals, um dort auf die Lahnz zu kommen. Und habe mich dann für ProPen entschieden, die aus Dieburg, Frankfurt kamen. Sie hatten ein Internetcafé, aus dem sie gespielt hatten. Das hat mich sehr gereizt. Und wir sind noch bis heute sehr gut befreundet. Also es war eine gute Wahl, zu ProPen zu gehen und dort weiter Counter-Strike zu spielen. Und du wurdest ja dann auch Nationalspieler, Mitglied im Team Germany, also der Counter-Strike-Nationalmannschaft. Was war das für ein Gefühl, das virtuelle Nationaltrikot zu tragen? Man war schon stolz darauf, klar, irgendwie sich so zu den, wenn man erzählen, besten Counter-Strike an Deutschland zielen zu können. Und es hat auch Spaß gemacht, in den Nationalspieler mitzuspielen. Aber wie gesagt, ich habe für die Lahn-Turniere gebrannt. Und diese Online-Turniere waren immer zweitrangig für mich. So auch am Ende, glaube ich, habe ich Counter-Strike aufgehört, als ich im Nationalteam war. Also eigentlich würde man sagen, da wird man nie aufhören am Höhepunkt seiner Karriere. Es war nicht alles für mich. Wobei man ja auch sagen muss, damals Counter-Strike, das Image, war nicht das allerbeste. Es gab den Erfurter Amoklauf und Counter-Strike wurde auch dann oft als Killerspiel bezeichnet. Wie bist du damals mit dem Image eben auch als Counter-Strike-Spieler umgegangen? Ja, ich habe das mitbekommen. Damals musste ich mich mit meinen Eltern unterhalten. Ich meine, das wurde damals klar als Vorwand genommen für die Amokläufe. Es muss ja an Counter-Strike liegen. Es kann ja keine anderen sozialen Gründe geben, bis jemand Amokläuft. Das war natürlich total irrsinnig. Ich habe mich damit nicht so beschäftigt. Ich wusste nicht, was es wirklich bedeutet. Ich war über 18. Ich wusste, selbst wenn das Spiel ab 18 ist, die meisten großen Turniere waren, glaube ich, so oder so schon ab 18 damals. Es hätte also keinen großen Einfluss, glaube ich, gehabt. Quake 3, Unreal Tournament waren wahrscheinlich auch indiziert. Das hat mich eigentlich nicht beschäftigt. Du hast die großen Turniere alle gespielt, die CPLs. Und ich muss sagen, die CPL, das war natürlich schon immer auch ein Highlight. Also jeder Spieler, der gesagt hat, er spielt hier diese CPL, der war schon was Besonderes. Wie hast du auf diese Turniere geschaut? Und wie waren die auch damals schon? Das war ja wirklich noch die ganzen Anfänger von Counter-Strike organisiert in Sachen Professionalität. Ja, die CPLs waren immer das Nonplusultra. Die waren super organisiert. Damals, glaube ich, auch schon von Turtle Entertainment, Ralf Reichert von SK Gaming. Das war einfach Spitzensahne der Counter-Strike-Turniere, sowohl dann auch in Brasilien als auch in Europa. Nach Dallas sind wir leider nie geflogen. Eigentlich durch die CPL-Turniere-Siege haben wir uns für Dallas qualifiziert gehabt. Wir hätten eigentlich damals nach Dallas fliegen sollen. Damals kam dann leider genau SK Sweden nach SK rein und hat unseren Platz quasi bekommen, in Dallas spielen zu dürfen. Das hat uns damals sehr, sehr geärgert. War auch einer der Mitgründe, glaube ich, weswegen das Ganze dann so auseinandergebrochen ist. Lag zum Teil auch daran, dass einer von uns doch ein bisschen Flugangst hatte. Und es dann nicht dazu kam, dass wir hingeflogen sind. Aber wir hätten uns schon gern gesehen, mal auch in Dallas dabei zu sein. Und dann einfach bei dem ganz, ganz großen Turnier dabei zu sein. Du hast dann so im Jahr 2003 die Karriere ausklingeln lassen. Du hast dann auch den Schlussstrich gezogen, deine Counter-Strike-Karriere beendet. Was war der Hauptgrund dafür? Ich glaube, ich war irgendwann ausgebrannt. Das Spiel hat mir irgendwann nicht mehr so viel Spaß gemacht. Popen, es war eine ganz tolle Zeit. Auch Zipiel-Khan und in Bolbau hatten wir sehr, sehr viel Spaß. Wie gesagt, freundschaftlich sind wir zusammengewachsen. Aber es hat natürlich auch so der letzte große Erfolg dann gefehlt. Man hat gemerkt, man ist jetzt von der Spitze zu weit weg. Ich hätte vielleicht damals dann auch noch zu anderen großen Teams wechseln können. Team Germany, weiß ich auch noch. Auch MTW hatte auch ein bisschen Teamprobleme, die waren interessiert gewesen. Aber damals kam der Call of Duty raus. Ich habe das in der Universität bei jemandem gesehen. Und irgendwie fand ich dieses Spiel sehr, sehr reizvoll. Es war eigentlich wie Counter-Strike. Und es hatte nochmal andere taktische Elemente. Auch mit diesem Kim und Korn. Und ich habe Call of Duty dann angefangen zu spielen. Und es hat auf einen Schlag irgendwie meine Interesse an Counter-Strike zerstört. Und es war auch eine tolle, erfolgreiche Zeit eigentlich. Ich war bei Skalax. Ich glaube, wir waren 70 Spiele in Europa ungeschlagen. An den Eurocup und in der Clan-Best gewonnen. Wir wurden dann Volli, hat auch mitgespielt von SK, damals bei Skalax. Wir wurden dann von der deutschen Community zu den Team-Captains gewählt. Wir haben ein großes Auswahlverfahren gemacht. Alle durften sich bewerben. Aber monatelang, also mal ein, zwei Monate, haben wir, glaube ich, Spieler gescoutet, bis wir ein Nationalteam hatten. Und damit haben wir dann auch den Nation Cup gewonnen. Also es war eine tolle Zeit. Aber auch nach Call of Duty habe ich dann den Schlussstrich gezogen und komplett, glaube ich, 15 Jahre dann aufgehört mit PC-Spielen. Counter-Strike hat sich wahnsinnig entwickelt. Wurde er immer größer, immer professioneller. Ja, bereust du es, dass du damals eben dann doch nicht weitergespielt hast und dann vielleicht auch später vielleicht dann vielleicht bei Mouseboards untergekommen wärst? Das ist eine schwierige Frage. Also Counter-Strike hat mir immer so viel Spaß gemacht, die Turniere. Ich glaube, ich bereue es schon, dass ich nicht doch Counter-Strike weitergespielt habe, weil Call of Duty ist dann halt doch ein Merchandising, das anders gelaufen ist. Es kamen keine großen Turniere zustande. Ich hätte schon gerne weitergespielt, um an den Turnieren teilzunehmen. Aber ich hätte mit Counter-Strike nie meinen Lebensunterhalt verdienen können. Ich habe mein Studium beendet, habe dann bei IBM angefangen, IT-Consultant zu werden. Und das hat meinen vollen Fokus dann gehabt, damals erst mal in die Arbeitswelt einzusteigen. Da war keine Zeit für eine E-Sports-Pro-Gamer-Karriere mehr. Man muss ja auch so sein, man muss viel Zeit investieren, oder? Um in Counter-Strike auch damals schon erfolgreich zu sein. Definitiv. Definitiv. Also man muss schon, ich glaube, heutzutage müsstest du jeden Abend spielen, um irgendwie noch dabei zu sein. Oder wahrscheinlich heutzutage noch viel mehr. Zum damaligen Stand hättest du wahrscheinlich jeden Abend auch schon trainieren müssen, ja. Verfolgst du heute noch die Counter-Strike-Szene? Also ich habe seit letztem Jahr August mit dem Computer wieder gekauft. Hat ein bisschen gedauert, bis ich Counter-Strike wieder installiert habe, um es doch mal wieder zu spielen. Aber seht ihr, wie ich installiert habe, noch mit ein paar alten Kollegen von Propane. Wieder ein bisschen Counter-Strike-Spiele, so just for fun, schaue ich mir auch ab und zu mal wieder Spiele an. ESL auf Twitch wird es ja heutzutage übertragen. Hat schon ein anderes Niveau als früher. Also es ist schon Wahnsinn, was für ein Niveau das spielerisch erreicht hat. Da sieht man, wie viel Zeit die Teams dort hineinstecken, auch taktisch. Macht Spaß, es anzuschauen. Also ich schaue es lieber als irgendwelche anderen Sportarten, wie Tennis oder sowas. Das Einzige, was noch rüberkommt, ist Fußball. Aber dann würde ich mich, glaube ich, nach Fußball immer für Computerspiele interessieren, ja. Du hast die Entwicklung auch angesprochen, auch das Taktische. Wie hat sich Counter-Strike über die Jahre verändert? Also gerade als du noch dann gespielt hast und als es dann eben wirklich auch immer weiter nach oben ging. Also zu Anfangszeiten, das hatte ich vorhin schon erzählt, in der ersten CPL Köln, da war es noch sehr, sehr langsam. Da wurden Spiele noch gespielt wie Milizia, wo man die Geiseln entführen musste. Das war reines Camping, sehr langsam. Davon kam man dann ab und hat gesagt, irgendwann zählen nur noch die Terrorrunden. Das war dann mit die Zeit, wo Counter-Strike am allerschnellsten war, weil es ging auf Timelimit. Man musste, glaube ich, in einer bestimmten Zeit, 20 Minuten, so viele T-Runden holen wie möglich. Das heißt, es ging richtig, richtig rasant. Hat viel Spaß gemacht, war viel Action. Irgendwann fing es dann an mit, glaube ich, den MR-12, also 12 Runden. Mittlerweile sind es ja, glaube ich, 15 Runden pro Halbzeit. Und dort kamen dann schon eher die taktischen Aspekte ins Spiel, getimete Flashes, Smokes, andere taktische Elemente. Also so, wie wir auf der PC-Action Masters vielleicht dann das erste Mal das 2 Max, ich glaube, nach 20 Jahren damals das erste Mal das 2 gespielt haben gegen TAM. Da haben wir die Taktik davor noch auf der Wiese geübt. Da haben wir gesagt, hier, untouch, stell dich da hin, ich stehe hier, wir laufen da entlang und da greifen wir an. Das war noch wahrscheinlich eine andere Taktikbesprechung, als das heutzutage der Fall ist. Also über die Jahre ist dann doch Counter-Strike einfach auch professioneller geworden. Reizt es dich jetzt nicht mehr, irgendwie ein Comeback zu starten, auch in der Counter-Strike Global Offensive? Nein, also ich habe keine Zeit mehr. Ich sage mal, die Lust wäre da. Man merkt, wenn man spielt, der Suchtfaktor ist immer noch so wie früher. Aber ich habe zwei Kinder, eine Familie und eine Arbeit. Ich habe absolut keine Zeit mehr. Ich bin froh, wenn ich die Woche ab und zu mal so zum Counter-Strike spielen komme. Und darf man zum Abschluss noch erfahren, in welchem Bereich du jetzt beruflich gelandet bist? Ich bin witzigerweise jetzt hier genau mit einem Sponsor der Eska Gaming bei der Telekom gelandet und arbeite da als Software-Architekt im Bereich Magenta Smart Home. Alles klar, dann wünsche ich dir alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Das war Robert Winkler aka Robkill, Eska Robkill. Vielen Dank für das Interview. Ich bedanke mich, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.